Er hat einen Dreifachflügel im Gegensatz zum Doppelflügel. Wir fahren mit Martin Donnelly durch die Ascari-Ausgang Richtung Parabolika. Das war die Unfallstelle seines Teamkollegen. Hier links ist eingeschlagen. Alles sechster Gang hier. So 320, 330 ging die Autos auch damals schon. Zweiter Gang. Dritter zum Ausgang. Die Randsteine sehr hoch damals. Kurvegrande voll. Und jetzt dann wieder bremsen und zurück in den zweiten Gang.